Und Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei TidioCity. In diesem Part oder in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euer System oder eure Daten sichern könnt, indem ihr einen Backup erstellt. Mit diesem Backup könnt ihr euer System genau an diese Stelle wieder zurückbringen, wenn es mal hinüber ist, also kaputt ist, Festplatte gecrashed, was auch immer. Genau an diesem Punkt könnt ihr dann euer System wieder herstellen. So, dafür benötigen wir ein Programm von Paragon, natürlich auch kostenfrei. Ich benutze jetzt und ich zeige jetzt auch Paragon Backup & Recovery 2013 free. Es gibt auch schon 2014. Ich benutze aber immer noch 13, weil ich in 14 noch nicht reingeguckt habe. Entweder macht ihr es genauso oder ihr guckt in 14 rein. Ich glaube in 14 wird nicht so viel Änderung sein. So, Link natürlich auch in der Videobeschreibung. Wir klicken zum Download durch, wie ich es auch gerade gemacht habe beim Chip-Server zum Download. Laden das Ganze herunter, das habe ich jetzt gerade schon gemacht. Dann gehe ich zum Downloads-Ordner. Also, und installiere die Datei. Die nennt sich hier BR-Free 2013 EN. Diese öffne ich gerade, lasse sie zu. Und jetzt werden sich manche denken, hey, ich dachte, das ist doch eine free, also eine kostenlose Version. Warum brauche ich dann Serien-Key und so? Ja, ganz einfach. Hier einfach mal, klick hier to the registration page. Da können wir einfach angeben. Muss nicht der normale Name sein. Muss auch natürlich nicht der normale Nachname sein. Es kann irgendeine E-Mail-Adresse sein, kann auch eine Trash-E-Mail-Adresse kurz sein. Country sollte allerdings stimmen. Language sollte auch stimmen, damit es auch für diese Version hier verfügbar ist. Einfach schnell alles angeben und kostenlos den Key erhalten. Es müssen keine richtigen Daten sein, Hauptsache irgendwas und eine gültige E-Mail-Adresse, damit ihr dieses Ding bekommt. So. Ich habe jetzt hier schon einen Produkt-Key und alles. Dann gebe ich die mal kurz ein. So, wenn der Produkt-Key eingegeben plus die Seriennummer eingegeben ist, einfach auf OK klicken. Das Ganze wird dann hier bestätigt und wir können hier einfach die Installation fortsetzen, wie jede andere. Wir klicken auf Next, bestätigen das Ganze, wieder auf Next. Können hier den Benutzernamen angeben, wie zum Beispiel hier TDS City jetzt in diesem Fall. Hier können wir noch einstellen, für wen das ganze Programm halt da sein soll. Entweder für jeden Benutzer, der Computer nutzt oder nur für meinen Benutzer. Natürlich ist standardmäßig für jeden Benutzer angewählt, würde ich auch lassen. Klicken wir auf Next wieder. Hier können wir noch einen Hot-Core-Driver, nee, können wir nicht installieren, der ist ja rausgenommen. Zumindest kann ich ihn nicht hier gerade installieren. Brauchen wir auch nicht, wir brauchen eigentlich nur das Programm. Das andere ist sowieso unnötig. Falls hier was drin ist, kann man es dann ja rausnehmen. Dann klicken wir auf Next, installieren das Ganze. Warten da kurz. Bestätigen hier nochmal, dass es darauf zugreifen kann. Ja, wir bestätigen hier nochmal von der Windows-Sicherheit, dass Paragon darauf zugreifen darf. Also, wir haben installieren geklickt, dann einfach. Bestätigen hier nochmal, wir können eigentlich hier vorne ein Häkchen setzen, damit wir nicht jedes Mal erneut klicken müssen, installieren. Es kommt jetzt nämlich wahrscheinlich mehrere Meldungen von Paragon, dass die ihre System-Sachen da installieren wollen. So, wir können die Installation abschließen, indem wir auf Finish klicken. So, beendet sich das Ganze dann auch direkt. Hier können wir dann direkt auf dem Desktop das Programm auswählen. Paragon, Backup and Recovery 2013, beziehungsweise 2014 Free. Einfach Doppelklick drauf, wir brauchen natürlich Admin-Rechte. Falls wir keine haben, werden wir dazu aufgefordert, das Passwort einzugeben. Und so sieht das ganze Programm dann aus. Also nochmal, das 14er sollte ähnlich aufgebaut sein, ich habe noch nicht reingeguckt. Falls es ganz unterschiedlich sein sollte und ich es benutzt habe, werde ich natürlich auch nochmal ein Video machen, ansonsten nicht. Oder falls es so ein bisschen verwirrend ist, auf dem gleichen, halt aber gleich basierend ist, egal. Ich schaue mal. So, jetzt sehen wir hier mehrere Sachen, wie Upgrade Now brauchen wir natürlich nicht. Das würde uns ja wieder Geld kosten. Tools, da brauchen wir jetzt auch nichts einstellen. Ich möchte ja eigentlich euch nur zeigen, wie man ein Backup von seinem System oder seinen Daten erstellt. Hier können wir erst auswählen, ob wir ein Backup machen wollen oder ein Backup wiederherstellen wollen. So, jetzt denken sich manche, hey, weil mein System noch kaputt ist und ich nichts mehr auf der Festplatte habe, was bringt mir es dann, wenn ich hier erst Restore drücken kann, wenn ich das Programm installiert habe? Ja, hier dieser Punkt ist nur für den Fall da, dass das System noch läuft, irgendetwas falsch gemacht wurde, das System noch geht, aber nicht halt mehr ordentlich läuft. Dann kann man es einfach wieder hier zurücksetzen auf den Punkt, wo man es gesichert hat. Bei Tools, hier können wir hier anwählen Burn Recovery Media. Das bedeutet, ja, ich habe da jetzt mal kurz draufgeklickt. Hier können wir eine CD erstellen. mit der wir einen bootable USB-Stick benutzen oder eine CD oder DVD, von der man booten kann. Natürlich kann man nur einen Flash Memory, also Festplatte, USB-Stick verwenden, wenn dieses Motherboard auch davon booten kann. Ansonsten einfach CD, DVD auswählen und dann wird da drauf etwas gebrannt, damit man davon booten kann. Dies bedeutet, System weg, Festplatte hinüber und so weiter und so fort. Nichts mehr läuft auf dem PC. Einfach neue Festplatte rein oder halt die vorhandene, die noch läuft, rein. Diese DVD-CD einschieben oder den USB-Stick oder Festplatte dranhängen. Davon booten und dann wird man dort auch gefragt, ja, welches System würden sie denn gerne wieder herstellen. Natürlich muss das System dann entweder auf dieser einen Festplatte vorhanden sein, also das Backup von dem System, oder, ähm, halt, es muss auf einer externen Festplatte über einen USB-Port angeschlossen sein. Okay, dieses möchte ich jetzt allerdings nicht zeigen, sondern, das mache ich vielleicht in einem anderen Video. Ich möchte jetzt erstmal zeigen, wie erstellen wir überhaupt ein Backup. Wir gehen hier oben nochmal auf Backup and Recovery, klicken hier auf Backup, dann warten wir kurz und sehen, dass er hier etwas lädt. Wir können hier auf Next klicken, sobald dieser Ladebildschirm abgeschlossen ist. Und jetzt sehen wir hier unsere ganzen Disks, die wir haben. Also, hier sehen wir jetzt erstmal, dass wir, ja, dass wir hier unsere ganzen kleinen Einteilungen haben, die First Hard Disk und diese normalen. Wahrscheinlich, diese müssen nicht unbedingt da sein, die müssen wir auch nicht sichern jetzt. Wir sichern nur unser System. Das liegt meistens auf Local Disk C, also C hier. Hier können wir dann ein Häkchen reinmachen, was wir alles sichern wollen. Wir können natürlich auch einzeln sichern, falls wir nämlich unser System nur sichern wollen und das nur wiederherstellen, dann sichern wir nur C. Wir können aber gleichzeitig auch noch D dazu nehmen oder T. Das ist vollkommen egal. Wir können auch nur D sichern oder T. So. Was noch sehr wichtig ist, beim Sichern, also beim Backup erstellen von diesen Dingern, darf diese Partition nicht verwendet werden. Also es darf, wenn jetzt zum Beispiel C verwendet wird, ist es nicht möglich, dass man jetzt einfach PC ausmacht, und das C nicht mehr verwendet wird. Okay, es wäre vielleicht schon möglich irgendwie, aber es ist ein bisschen kompliziert, und dieses Programm ist zum Glück in der Lage, C trotzdem zu sichern, auch wenn das System läuft. Dabei sollte halt nur beachtet werden, es sollten keine Programme währenddessen ausgeführt werden. Und es sollte natürlich auch nichts auf C draufkopiert werden. Bei D und T ist es genauso. Keine Daten sollten verwendet werden von D oder T, beziehungsweise in anderen Laufwerken, von denen das Backup erstellt werden soll. Und es darf nichts draufkopiert werden. Wir würden jetzt theoretisch mal C auswählen, denn wir wollen unser System sichern. Ja. Klicken auf Next. Wobei, hier unten können wir noch was auswählen. Change Backup Settings. Können wir hier anklicken noch, dann kriegen wir wahrscheinlich mehr Backup Settings angezeigt. Wollen wir aber eigentlich nicht unbedingt. Also können wir nochmal rausnehmen. Wir lassen das einfach so Next. Hier können wir dann auswählen, ob es auf eine CD, DVD oder eine BD gebrannt werden soll, was auch immer das gerade ist. Oder ob es auf eine Festplatte erstellt werden soll, also dieses Backup. Ich mache das jetzt auf eine Festplatte, also lasse ich das. Dies kann entweder auf einen anderen Teil der Festplatte geschoben werden, das erste Mal, die also virtuell geteilt ist, zum Beispiel mit dem EASUS Partition Master. Oder natürlich, wo es nachher sowieso drauf sollte, auf eine andere interne Festplatte, auf der nicht das gleiche System liegt, oder am besten auf eine externe Festplatte. Dies ist dann allerdings egal, ob es auf eine interne oder externe ist, solange es nicht die gleiche ist. Denn das wäre ja Unsinn, wenn das System crasht, also die Festplatte, dann ist dieses Backup natürlich auch verloren. Das hätte den einzigen Vorteil nur, wenn wir es auf die gleiche Platte machen, dass es dann mindestens in virtuelle Partitionen eingeteilt ist, dass man sein System wiederherstellt. Einfach so. Also nur das System. Wenn man jetzt, halt das System läuft noch, und dann sagt man, ja, hier, ich möchte auf diesen Punkt zurücksetzen, wo ich das Backup gemacht habe, dann wäre es sinnvoll. Trotzdem empfehle ich auf jeden Fall, auf eine externe Festplatte, oder eine andere Festplatte, das Ganze zu überlegen. So, das habe ich jetzt ausgewählt, klicke wieder auf Next. Und jetzt können wir hier natürlich auswählen, erstens, ähm, wohin soll das sein? Da ich C sicher, werde ich auf keinen Fall auf C wieder drauf gehen. Ich muss mal jetzt gerade schauen, ob ich überhaupt jetzt ein Backup machen kann, zum Vorführen. Nein, kann ich nicht. Ist auch egal. Ich zeige das nur rein theoretisch jetzt. Rein theoretisch könnte man das auf, äh, O machen, oder T. Ich mache es jetzt angeblich auf T. Hier kann ich noch den Ordner umbenennen. Hier kann ich Plus machen. Könnte ich nur einen Ordner dazufügen, zum Beispiel Backup. Ich empfehle immer dazu zu schreiben, ist es welcher Datenträger, also in diesem Fall C, und das Datum. Das würde ich auch in den Namen einfach nochmal reinpacken. Nicht, dass man dieses Datum hier hinten auf einmal, dass es nicht stimmt oder geändert wird, aus irgendeinem Grund, einfach in den Dateinamen nochmal hereinpacken. Natürlich haben wir bei diesem Programm auch die Möglichkeit, unser Backup über das Network, also über das Internet, am besten im eigenen LAN irgendwo hinzusichern, falls dies möglich ist, dass auf einen anderen PC das Backup geschrieben wird, also auf einen Teil der Festplatte oder irgendwo eine Festplatte im Netz hängt, kann man hier Network auswählen. Jetzt muss man dann allerdings den Pfad und alles noch eingeben. Und mir sagt er hier schon, dass sich kein File-System irgendwo gefunden hat, das dann nirgendwo draufschreiben kann, deswegen ist dieses Ganze nicht möglich. Also es wäre jetzt hier angeblich auf D, hier können wir noch den Namen selber ändern nochmal, nicht nur vom Ordner, sondern auch vom Namen an sich. Hier sehen wir wie viel dieses Backup verbrauchen wird, momentan 6,9 GB, und hier sehen wir wie viel verfügbar ist, nur 5,9, deswegen wird das Ganze nicht funktionieren. Deswegen habe ich jetzt auf Yes geklickt, deswegen kommt diese Fehlermeldung. Ja. Klicke ich nochmal Yes, hier können wir noch ein Dokument dazu anlegen, und können sagen Backup Now, und dann beginnt das Ganze, wenn wir auf Next klicken. So, das war es dann rein theoretisch alles. Machen könnt ihr das dann selber, ich werde es jetzt nicht noch zeigen, denn das war es dann eigentlich auch schon. So, wenn dieses Backup angelegt ist, wie schon gesagt, wenn das System einmal nicht mehr richtig funktioniert, das System aber noch läuft, kann man es ganz einfach wieder herstellen, mit dem Programm auf Restore, oder wenn das System komplett hinüber ist, kein System mehr läuft, oder die Festplatte kaputt ist, einfach halt hier diese Recovery Media CD, oder diesen USB-Stick verwenden. So. Bei weiteren Fragen, einfach ab in die Kommentare damit, oder wenn ihr kein YouTube-Account, beziehungsweise Google Plus Account habt, schaut in die Videobeschreibung, dort ist ein Link zu meiner Facebook-Seite. Dort könnt ihr auch Fragen schreiben, indem ihr eine persönliche Nachricht schreibt, oder an die Chronik schreibt. Ist vollkommen egal. So. Natürlich könnt ihr auch eine persönliche Nachricht schreiben, auf YouTube, oder Google Plus, mir egal. So. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, klickt kostenfrei auf den Button Abonnieren, und wenn ihr keinen YouTube-Account habt, schaut in die Videobeschreibung, dort könnt ihr meine Facebook-Seite liken. Dort wird auch jedes Mal, sobald ein neues Video online kommt, ein Link geteilt, plus eine kleine Information dazugegeben, um was es sich in diesem Video handelt. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.